Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Und wir wollen jetzt Steel Ways Rets anspielen, also Stahlratten. Ich bin mal gespannt. So, tell us, how did this all begin? Jetzt bin ich, oder? Nee, noch nicht. Der Stil fällt mir schon mal. Düster. Hey gang. You home? Kann ich hier runterfallen? Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Nee, kann ich nicht. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Soll ich denn jetzt machen? Okay. Wie geht's so doof. Okay. 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 Neste Steel Rats, come in! We've got yellow alert! I repeat, yellow alert! Neste Steel Rats! Steel Rats assemble! No use. I need to find them myself. Wieso fährt er gleich denn... Jetzt ist es ein bisschen doof, wie wenn die Spur wechselt, also von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten, dass der dann gleich die Karre mit dreht. Das funktioniert bei mir gerade nicht flüssig irgendwie. Oh, jetzt können wir pimpen oder was? Hier habe ich 300 auch. Nur... ohnehin... Echt nicht an. Zu wenig Schrott. Nein, echt! Oh, schön groß zu sein. Da waren wir, jetzt müssen wir hier, haben wir auch alle drei Sachen gefunden, ich schaffe das Level in drei Minuten, gibt 3000 Punkte, ich schaffe beim Sprung in Doppelsalto, ja dann machen wir das jetzt noch mal, jetzt wissen wir ja wie es geht, können wir überspringen, wenn ich jetzt nur, was macht er, wie hat er das vorhin nicht gemacht? Anyone? Nein! Na komm, fahr doch, Mensch, ich hab nur drei Minuten. Ach Mensch! Der Scheiß hat auf die Seite. Der Scheiß hat auf die Seite. Neste Steel Rats, Neste Steel Rats, come in. Wir haben Yellow Alert, ich sage, Yellow Alert. Neste Steel Rats, Steal Rats assemble. Was? Wieder nicht? Wegen einer Sekunde wollte ich mich verarschen. Wegen einer fucking Sekunde, ey. So, jetzt aber bei ja. Und jetzt aber bei ja. Hey gang. You home? Anyone? Okay. Vielleicht kann ich sie mit einem hohen Bandwidth-Radio erreichen. Ness to steel rats, Ness to steel rats, come in. We've got yellow alert, I repeat, yellow alert. Ness to steel rats, steel rats assemble. Come, 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 come. Jetzt aber endlich, na, seht ihr? Aber einen Doppel hab ich nicht gekriegt, naja, egal. Da kann man nämlich einen anderen Skin nehmen, dann können wir erstmal das Bike und das. Das können wir dann nicht holen, haben wir dann zu wenig Punkte. Aber es kommen dann noch mehr, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Wenn du einen Knappier drückt. Na, komm, 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 komm. Halt, wir wollen erstmal runter. Wieso rühren wir denn hoch? Und hier runter geht's nicht, okay. Und hier runter geht's nicht. Oh cool, ich habe eine Radsäge. Ich habe Schrott, ich habe Schrott gesehen. Ich habe Schrott, ich habe Schrott, ich habe Schrott. Ich habe Schrott, ich habe Schrott. Ich habe Schrott, ich habe Schrott. Ich habe Schrott, ich habe Schrott, ich habe Schrott. So, ich weiß noch nicht. Geschwindigkeitsschub ist der gleiche. Ich bin sehr glücklich, dass ich dich gefunden habe. Der furchtlose Anführer. Ich sammle 4.000 Schrott ein. Wie viel Schrott habe ich noch eingesammelt? Aber wir können noch mal die Karre verbessern. Was haben wir denn hier? Wir können jetzt sein Bike verbessern und sein Bike. Zu wenig Schrott. Wieso? 4.080, 4.500 kostet Scheiße. Was ist das? Was ist das? Das ist irgendwie gerade. Bitte mach mal. Wie sitzt mein Hitze grad nicht richtig? Was ist das? Ich weiß nicht, was ich hier losse. So. Ah ok, das kann ich dann. Was ist das? Ja. Was ist das? 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 Das ist hier. Höchst du mir, Herr. Bitte. Das könnte kackeln. Okay. Okay. Jetzt aber. Okay, ist nichts. A kaputte Drohne. Have you ever seen anything like that? That's way more advanced than anything I've seen. Seems like there might be plenty more in the city. Let's go! Let's go! Let's go. Let's go. Okay. 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 Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein! Scheiße! Okay, ich kann verringert hier nicht weiter. Es gibt noch neue Lebensbalken hier. Ich habe noch eine Menge am Rettbewerb. Oh ich habe noch nie gehört. Soll ich nicht ein, was ich noch nie gehört? Oh Gott! Oh Gott... ...er der nicht mehr so viel geht. Ich habe es nicht so gut gemacht, aber ich habe es nicht so gut gemacht. Ja. Mach jetzt. Ach, Schäfer. Ach, Schäfer. Ach, Schäfer. Halt, nein, ich nicht, ich nicht, ich... Ach, Schäfer. Ach, Schäfer. Ja. Ja. Ach, Schäfer. Ach, Schäfer. Ach, Schäfer. Ach, Schäfer, ach, Schäfer. Ach, Schäfer. Nein, Scheiße. Oh, ich hätte ins Naomi mussten. Okay, alles klar, ich weiß, wohin. Jetzt schreckt mein Handy an. Nein, nicht, nicht, nicht. Oh, scheiße. Mist. Scheiße, Alter. Mist, da hätte ich so viele Roboter-Tateile noch mitnehmen können. Ja, das machen wir aber erst mal. Und Tashi verbessern wir auch noch mal. Mehr haben wir jetzt hier nicht. Verbesserung. Mehr haben wir nicht. Wir können jetzt nichts mehr kaufen. Oder? Nein. Skins. Den finde ich cooler, aber ich finde das Bike irgendwie cooler. Passt cooler zusammen, finde ich. Eines machen wir noch. Und dann hören wir aber auf. Und dann hören wir aber auf. Und dann gucken wir uns zum dritten Mal. Und dann gucken wir uns. Und dann gucken wir uns um. Hey, Boss, look at this MRU. Huh? Hey, that's Randall. Hey, that's Randall. Hey, that's the coal mine. That's the bottom of the... That spot I hate can't fight prisoners. Come on. I know which old mine he's talking about. Coastal City Police has just confirmed that Eastern Warranty... Ow! A whole city? If you have not received this message, try to inform them about the situation, but please... if it seems safe. Please message me. Coastal City Police have confirmed that Eastern Warranty District has been attacked by unknown forces. I repeat, Coastal City has been attacked by unknown forces. The town hall is merging cities... ...in their homes next to the radio set. If you know one of your immediate names who might not receive this message, try to inform them about the situation. but please, but please, a lot of people do so imitably... ...in their homes. ...in their homes. Coastal City Police has just confirmed that Eastern Warranty District has been attacked by unknown forces. The town hall is encouraging citizens to stay in their homes or to the radio set. If you have one of your immediate neighbors who might not receive this message, try to inform them about the situation. But please, only do so if it seems safe. This message will repeat. Let's get your fingers for the intervene. ...in their homes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir können die Schosse zurückwerfen, okay. Oh, ne Trophäe. Gut, dass wir nicht abgeholt sind, dass wir den durchgezogen haben. Ach Scheiße, das ist doch besser richtig. Na, Scheiße. Tot. Mist. Achso, wir müssen nicht erlang. Ja, das ist doch schön. Komm schon, wir müssen den Rest finden. Komm schon, wir müssen den Rest finden. Ach so, ich habe hier Tarnung oder was? So, Verbesserung. Da haben wir hier, ach so, das haben wir gekriegt, okay. Und haben wir mit Toshi Overt? Ja, das haben wir mit Toshi. Gut, dann ist die Drohne schon mal etwas stärker. Was haben wir denn da dazu gekriegt? Nichts. Und mit ihm? Finde ich jetzt zwar nicht so passend, aber naja, warum nicht? So, dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Oh, ich habe schon fast eine Stunde, so lange wollte ich eigentlich gar nicht anzocken. Ich wollte einfach nur eine halbe Stündchen oder so anzocken. Aber es ist wirklich ein Cool-It-Spiel. Es macht Spaß. Mit der Steuerung manchmal, ich bin nicht so der Renn-Fan. Ich habe dann immer Probleme von einer Etage auf die nächste, also dazwischen hin und her zu wechseln. Ich bin halt da so eher der Grobmotoriker. Aber trotzdem macht es echt Spaß. Man kann die Karre anpassen, man kann den Typen anpassen, man kann Verbesserungen holen. Es wird auch noch schwerer, wie ihr gesehen habt, dass man nur so einen kleinen Balken, dass man wirklich kompetent drücken muss oder so. Es macht megamäßig Spaß, also von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich würde jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Es war jetzt nicht die Bimmelglocke zu drücken oder mir ein Abo aufs Ouge zu drücken, weil es kostet ja kein Geld, von daher. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Ahoi. Das sagt euer Odin.